Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, geehrte Geschwister im Islam. Aus diesem schönen Morgenlicht hier möchte ich euch diesen wunderschönen Spot zeigen hinter mir. Und schon anhand dieser schönen Kulisse und der speziellen Felsenart werdet ihr herausfinden können, wo das genau ist. Mehr dazu verrate ich aber nicht. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass doch gerade diese Atmosphäre eine wunderschöne, unglaublich bezaubernde Atmosphäre ist. Ja, es sind die Morgenstunden, die Stunden nach dem Fajr. Und so sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma barik li ummeti fi bukuriha. O Allah, segne meine Gemeinschaft die frühen Morgenstunden. Und so ist es. Du findest in diesen Morgenstunden Ruhe. Du findest in diesen Morgenstunden Frieden. Du findest in diesen Morgenstunden Konzentration und alles, was du benötigst für Erfolg. Du bist aufnahmefähig, du bist fit. Dein Hirn funktioniert am besten. Du kannst am besten studieren. Und was auch immer du tust in deinem Leben, Handel, Business, was das auch immer ist, es ist die perfekte Zeit, um es zu tun. Die Morgenstunden. Ja, und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala deshalb auch, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ Und wir machten die Nacht für euch zu einem Kleid, damit ihr darin Ruhe findet. Und wir machten den Tag zum Leben, dass hier an diesem Tag in den frühen Morgenstunden, dass ihr das Leben beginnt, dass ihr hier aktiv seid. Leider mit dem ganzen Konsum der Medien ist es ein bisschen in die Schieflage geraten mit diesem ganzen Prinzip. Viele leben bis spät in die Nacht und verschlafen diese gesegneten Morgenstunden. Also dreht es doch einfach mal um und versucht wieder einmal diese Morgenstunden zu kosten. Denn es ist nicht von ungefähr, dass man sagt, Morgenstund hat Gold im Mund. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Das war's für heute.